Okay. Jetzt sagen wir, wir gucken einfach mal weiter hier. Herbeigerufene Service ist jetzt aktiv. Okay, wir könnten jetzt Leute quasi rufen. Was ist das denn hier? Goldene, ne? Goldenes Rufzeichen berühren. Nee, machen wir nicht. Alter, was ist das denn für ein Schlachtfeld hier? Guckt euch das mal an. Ist ja riesig. So. So. Foul tarnished. In search of the Elden Ring. Emboldened by the flame of ambition. Someone must extinguish thy flame. Let it be margit the fell. Ich glaube, das wird wirklich eklig werden. Das grausame Mal. Die Frage ist... Der ist jetzt nicht so schnell, ne? Wir müssen uns das mal ein bisschen angucken, wie der sich bewegt. Erstmal ein bisschen schauen. Aber ich glaube, mit dem können wir... Können wir den auf Abschluss... Da bringen wir mal gar nichts. Der ist langsam. Die Frage ist... Ach du Scheiße. Direkt tot. Können wir den töten? Oder wie kriegen wir den am besten hin? Müssen wir mal schauen. Er scheint wohl der erste größere Gegner zu sein, ne? Gucken wir mal. Du bist tot. Ach echt? Verrückt. Ist echt verrückt. So. Das Gute ist, wir haben ihn gespeichert. Der scheint jetzt nicht sonderlich schnell zu sein, ne? Also schnell ist er wahrscheinlich eher nicht. Aber ja. Wir gucken mal. Frage ist, welche Waffe ist ja die richtige, ne? Wir können hinter den durchrollen. Okay. Das ist schon mal ganz gut. Der ist... Richtig OP. Alter. So, genug tot gesehen. Gute Nacht. Ja, mach's gut. Ciao, Wieslandwirt. Die Frage ist... Macht es Sinn, gegen den zu kämpfen? Oh, da müssen wir erst noch ein Level, ne? Wir chesten's einfach nochmal. Er sieht aus wie ein Skorpion, ja. So ein bisschen, ne? Ja. Können wir das eigentlich blocken? Ja. Okay. Also das wird auf jeden Fall schwierig werden. Aber wir... Da müssen wir auch wieder rein, raus, rein, raus. Der hat Fernkampf. Der ist aber relativ langsam. Oder wir könnten hier diese Dinger mal rufen. Der tut richtig weh. Ja, ich glaube, der, äh... Der macht ordentlich Aua, ne? Alter. Ey, das kann doch nicht sein. Das alleine wittert nix. Ich glaube, da müssen wir trotzdem zu zweit, ne? Das ist halt, äh, schwierig. Naja, wir haben fast zwei Prozent. Du hast es geschafft. Ja. Wir hatten vorhin noch ein bisschen mehr. Ähm. Aber wir können jetzt niemanden mehr rufen, ne? Weil wir da alleine reingerusht sind, ne? Die Runen werden auch weg. Oder können wir hier noch welche rufen? Können wir rufen, mal ein Zauberer. Wir können da rein, ne? Hey, here we go, ne? Gehen wir jetzt zu zweit da rein, oder was? Habe ich das richtig verstanden. Eigentlich nicht, ne? Oder kann ich da einfach wieder durch? Ist ja auch Fernkampf. Ist ja auch Fernkampf. Die Rungemann sind nicht, ähnelt. Ich bin da drauf. Wir sind hier. Oh. 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 Ach du Scheiße, Alter. Alter, der ist ja richtig OP. Ey, der ist ja richtig OP. Immer von hinten hauen, ja. Das ist ja anders wild. Habt ihr gesehen den Hammer, den er ausgepackt hat? Das ist schon heftig. Aber du brauchst halt jemanden, der den pullt. Das heißt, du brauchst halt quasi jemanden, wie zum Beispiel den Zauberer gerade. Der quasi, äh, wir machen das nochmal. Der den pullt und da von hinten quasi rein und dann wieder raus. Der den ablenkt. Ja, ja, klar. Gute Nacht, Iceman. Mach's gut und danke fürs Einschalten. Vielen ihm Dank. Dankeschön. Das ist halt echt krass. So, wir versuchen es nochmal, wa? Ja, ich glaube, das ist, äh... Den Quallen rufen? Nee, geht nicht, ne? Alter. Du Scheiße. Ach du Scheiße, Alter. Er macht einen Schlag hier und fertig. Okay. Jetzt weg hier, jetzt weg hier, weg, 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 weg. Raus, 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 raus. Boah, Alter. Der ist richtig krass. Jo, Magid ist nicht ohne. Ja. Magid will doch nur spielen, aber... Aber alleine ist das schier unmöglich, ne? Hat Max bestimmt hundertmal bei ihm gestorben. Echt? Ist das so? Puh, aber wir sind schon zu zweit reingegangen jetzt gerade, ne? Also... Ich glaube, wenn der Magier da ein bisschen mehr pullt, ähm... Dann könnte das vielleicht klappen, ne? Wir versuchen nochmal. Der Zauberer ist richtig gut, ja? So, Ränder. Der Zauberer ist richtig gut. Das war's für heute. Ich glaube, Zauberer haben was ein bisschen mehr von hinten. Ich glaube, man kann nur zwei rufen, oder? Ich glaube, man kann nur zwei rufen, meine ich. Das ist echt schwierig, ey. Die Frage ist, nutze ich die richtige Waffe? Ihr habt ja gesehen, man müsste den von hinten die ganze Zeit erwischen und dann in diesen Sneaky-Modo packen, ne? Man kann, glaube ich, nur zu zweit, ne? Dann hol zwei. Ja, weiß ich nicht. Wir können, glaube ich, nur einen, ne? Da ist er doch. Oder als Gast. Aber wir können nicht noch weiteren holen, ne? Es geht nur einer. Nachrichten lesen. Vorsicht vor Nahkampf, okay? Das heißt, wir müssten eigentlich weiter wegbleiben, ne? Mehr geht da nicht. Ja, komm, let's go. Ach, wir fassen uns mal. Zaubererrennen ist viel zu hart dran, ey. Viel zu nah. Steht extra dran. Kein Nahkampf, weißt du? Ach, ja. Ich hab halt keine Fernkampfwaffe. Oder ich müsste gucken, dass ich das mit dieser Pickel schaffe, ne? Zauberer ist eigentlich Fernkämpfer. Ja, eigentlich, äh... Zauberer im Nahkampf ist doch schwierig. Ja, ist richtig. Aber ich hab halt keine Fernkampfgeschichten, ne? Das heißt, ich kann den nicht auf Distanz halten. Ähm... Gut. Ich könnte mal versuchen, mit der Pickel das Ganze zu versuchen. Solltest du tanken und Zauberer auf Range gehen? Ja, das ist ja das, ne? Also, Zauberer sollte definitiv auf Range gehen und, äh... Warte mal, wir gucken uns mal kurz die Waffen an. Äh... Guck mal, der Schwert... Das Großschwert ist getreuen. Können wir natürlich auch was wählen, ne? Das ist aber langsam, ne? Aber vielleicht können wir mit dem Großschwert das Getreuen vielleicht ein bisschen mehr. Ich geh nochmal alleine rein. Wir schauen uns das nochmal an, ne? Hast du keinen Bogen? Nein! Den hätte ich vielleicht noch blocken können. Die Frage ist... Alter... Das ist ein Wahnsinn, ne? Das ist der Wahnsinn. Ah! Hat Margit langsamer gemacht? Das kann ja letzte Woche... Kann sein, dass es vielleicht ein bisschen schneller ist. Oder langsamer geworden ist. Ähm... Also mit dem Schwert auf keinen Fall. Aber wir haben mit dem Teil... Wir haben ja noch ein... 609... Nee. Wir haben zwar Bolzen, aber keine... Äh... Keine Armbrust, glaube ich, oder? Nee. Wir haben hier so eine Keule. Aber die bringt halt nix, ne? Alleine keine Chancen. Ja doch. Ich glaube schon, ne? Das müsste gehen, oder? Wir müssen da nochmal ein bisschen trainieren gehen. Ich kann... Du kannst jetzt ja auch hier nicht mehr raus, ne? Das ist ja das. Wenn du einmal drin bist, bist du drin? Einfach mal ein bisschen weglaufen. Die Frage ist... Vor allem dieses Ausweichen... Muss ich erstmal nochmal richtig gucken hier. So. Vorwärtsrolle, rückwärtsrolle. Haben davon nix, haben davon nix. Alter, der haut zweimal drauf und ist vorbei. Ich glaube, ich sollte erstmal vielleicht noch ein bisschen leveln, bevor wir wieder weitergehen. Ich glaube, es macht erstmal gar keinen Sinn. Ja, das ist... Da musst du alles sitzen. Das ist richtig, ja. Oder wir leveln den Charakter nochmal ein bisschen, ne? Da muss halt jeder Schlag sitzen und jede Ausweichmöglichkeit, ne? Das ist halt... Komm, einmal noch. Wir gucken nochmal rein hier. Ansonsten gehen wir nochmal ein bisschen leveln. Müssen halt mal gucken. Wir sind noch mal. Untertitelung des ZDF, 2020 Oh, Mann! Da musst du echt, man muss echt alle sitzen, ne? Es sind halt viele Tode, die man da verliert, ne? Die Frage ist, ist das die richtige Waffe, ey? Ich bin da immer noch ein bisschen am... ...des Schwertes getreuen. Das ist auf jeden Fall auch das Beste, was wir haben. Mit 136 körperlich. Bringt halt gar nichts. Ne, die Rüstung, die wir haben, ist auch gut. Wir haben die hier noch, die sind halt schwächer. Ähm, 8 Uhr morgens, glaube ich. Um 8 Uhr morgens, habe ich zumindest eingestellt. Ups, da ist... Ah, komm mal, einmal noch, Leute. Let's go. Ansonsten müssen wir da ein bisschen leveln. Aber ich glaube, das ist wirklich so, wie Uppaluppa sagt. Guck mal, die können wir schon mal blocken, ne? So, jetzt können wir hier durch. Okay. Das heißt, wir können an der vorbei. Da hätten wir jetzt hier eigentlich schon wieder schlagen können. Wir müssen mal ein bisschen beobachten, was der macht. Und in welcher Form der das macht. Das heißt, der lauert jetzt. Das ist alles in Form von Tanz. Guck mal. Jetzt kommt der wieder ran. Das heißt, der wird jetzt gleich wieder hochspringen. Und da können wir durchgehen, ne? Ne, doch nicht. Schade. Das hätte klappen können, aber... Ich muss halt rein, raus, raus, rein. Einfach mal ein bisschen beobachten, das Teil. Wer nach links steckt, nach rechts schlagen. Ah, kommen wir nicht durch. Okay. Da haben wir noch Zeit. Der reagiert auch nicht schnell genug. Doch, der schon. Also, mein Charakter, der könnte ein bisschen fixer sein. Aber es ist halt... Man muss halt wissen, was der wann macht, ne? Ach, komm. Let's go. Nochmal. Mein Tanzbereich, dein Tanzbereich. Ja, ja. Das ist... Das ist ganz... Wir könnten nochmal mit zwei versuchen. Komm, wir versuchen nochmal. Den haben wir jetzt dabei. Komm, wir versuchen nochmal mit dem Zauberer hier. Der muss aber eigentlich pullen und ich muss rein und den quasi... runterputzen, ne? Das ist einfach so. So, wir versuchen es nochmal. Er muss denn eigentlich von außen als... Er muss quasi alles ziehen. Und ansonsten... Schwierig, ne? Guck mal, der kommt jetzt schon angerannt. Guck mal, wieso macht sie Nahkampf? Sie ist Zaubererin. Absoluter Schwachsinn. Warum mach ich Nahkampf? Absoluter Schwachsinn. Urteil zu haben, etwa wiederfortz, ein Abautres rum! Absoluter Schwachsinn. Absoluter Schwachsinn. Absoluter Schwachsinn. Während Central-d Haut척f 물�ajt. Das ist der Hammer, Alter. Das war's. Mann, Mann, Mann. Noch ein paar Lanzen. Welche Lanzen? Die kann man doch nicht nehmen, oder? Kann man die nehmen, die Lanzen? Um die auf Distanz zu halten? Geht das? Eigentlich nicht, ne? Das ist eigentlich nur Deko, oder? Ist das nicht nur Deko? Sag mal. Ein paar Lanzen nehmen? Die kannst du doch nicht nehmen, oder? So, der wird ja wieder schießen. Da ist es. Zack. Zack. Geht ein bisschen runter. Ist auch nicht viel. Du kannst keine Lanzen nehmen. Guck. Alter, das war doch schon da. Das ist ja. Das war schon da. Den Lanzen kannst du keine nehmen. Die sind echt gut, die Kämpfe. Also die, die großen Kämpfe sind auch sehr gut inszeniert. Aber es ist halt ein sehr, sehr hoher Fußfaktor, ne? Und, äh, da muss man halt einfach, äh, glaube ich, weiß ich nicht. Entweder leveln, oder eben halt einfach, naja, ich glaube, wir sind noch nicht stark genug. Es ist halt echt schwer. Wir gehen noch mal ein bisschen zurück und gucken mal, dass wir noch ein bisschen leveln. Um dann irgendwie ein bisschen vielleicht, äh, ja, den Rallye zu machen, ne? Oh Gott, die ganze Zeit die falsche Taste, Leute. Kennt ihr das? Wenn ihr einfach die falsche... Ach, komm. Komm her hier. Einfach die falsche Taste gedrückt. Einfach, einfach dumm. Einfach dumm. Das war einfach dumm. Egal. So. Kein Vorkommen. Ah ja, kenn ich. Ja, das ist, es ist... Dann gehen wir erst mal nach Osten. Gut, machen wir das erst mal. Und dann schauen wir mal weiter. Na gut, die rollen die Krimiäler locker wieder weg. Kommt her hier. Die Tür richten. Das stunnst du dir halt richtig. Und, äh, kannst du dich dann richtig töten, ne? So, beide tot. Sehr gut. Äh, das Teil können wir, glaube ich, auch zerstören, ne? Können wir das komplett zerstören? Ah ja, sehr gut. Ja, komm, wir räumen das Feld jetzt von hinten auf hier. Sind sowieso wieder alle da. So ein bisschen auf die Bogenschützen aufpassen, ne? So, die kannst du gleich blocken. Ah, ist ne Timingfrage. Ja, die... Ich grad mal da richtig, 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 äh... Verkacke hier. So, da kommt der Nächste. Oh, guck mal, der hat ein großes Langschwert. Das ist halt geil, ne? Weil durch dieses Blocken... Weil er blockt halt 100% mit dem, äh, Schild. Stunt der kurz die Gegner. Aber du kannst die dann fertig machen, ne? Okay. Okay. Was war denn jetzt hier noch? Ist doch gar nix. Ach, da oben sind noch welche. Ach, hier, die schießen. Warte, Achtung. Können wir uns hier ein bisschen... ...verstecken. Ah, da ist einer. Der hat ja wieder gestunt und dann... ...gib ich mir. Der hat wohl Verstärkung gerufen, der Sack. Ach, nein! Och, nö! Ich hab vergessen, was zu trinken. Ach, Kacke, Alter. Ich bin auch bekloppt, ey. Mann, wie dumm. Einfach nicht drauf geachtet. Toll, sind wir ja da. Machen wir es halt nochmal, ne? Weil es so schön war. Once upon a time. Oder wie das heißt. Bist du berauscht? Ja, ja, ja. Ja, ja, ja. So, jetzt... Trink mal einen Schluck. Was gibt der uns denn hier? Bolzen. Ja, geilstes Bolzen haben wir. Aber wir haben hier nichts zum, äh... Captain, wir sind tatsächlich... So, was ist denn? Inventar. Bei dir hätte ich als Priester viel zu tun. Ja. Auch. Schön heilen, ne? Was ist das denn? Was ist das denn für ein Ding hier? Das sind... Die taugen ja nix. Die taugen ja mal gar nix. So, Lappen. Oh. Oh, oh. Einfach zu langsam. Das ist auch mal einer. Ich glaube, wir holen die wieder von hinten, ne? Wo ist er denn? Ach, da ist der. Okay. Okay. Da ist er. Manchmal ist das echt schwer hier, die... Die Übersicht zu behalten, ne? So, okay. Schmiedestein. Schmiedestein. Schnell was trinken. Moin, Zocker, ja. Mahlzeit. Da ist auch noch einer. Rüstet, den Bogen aus dem Pfeiler abzufeuern. Ich hab doch gar keinen Bogen, Digga. Soll ich den Bogen machen, wenn wir das für dich... Ich finde, macht das sehr gut. Echt? Ist das so? Keine Ahnung. Also, ich bin, wie gesagt, Laie in dem Spiel, ne? Also... Oh, wir haben eine Armbrust, Leute. Das heißt, wir könnten jetzt auch... Wechseln hier, ne? Warte mal. Wie kann ich die jetzt wechseln? Habe ich die jetzt nicht dazu geschaltet? Warte mal. Ausrüstung. Geil. Ja, endlich haben wir sowas gefunden. Na, Armbrust und Bolzen haben wir auch. Waffe links haben wir die. Wir könnten eigentlich auch mit zwei Schwertern kämpfen, ne? Haben wir das schon mal überlegt? Nehmen wir einmal das Großschwert. Warte mal. Ah, da ist es. Okay. Kann ich ihn zielen? Muss ich die Bolzen auch auswählen? Ja, gut. Wieso geht denn das nicht? Ah, okay. Das heißt, die Bolzen muss ich in die andere Hand nehmen und... Ah, okay. Jetzt ist es verstanden. Gut, das heißt, wir müssten... Ja, ich fuchse mich halt in Games immer rein, ne? Also ich bin jetzt kein Typ, der irgendwie... Der direkt aufgibt oder was, ne? Ah, ist ja noch ausgewählt. Sind da rein jetzt falsch. Ohne wäre schlecht. Hä? Ah, die Bolzen habe ich doch ausgerüstet. Oder vertue ich mich da jetzt? Die sind doch ausgewählt. So. Oder muss ich das... Ist das richtig? Ne, du kannst gar nicht anvisieren. Schwachsinn. Aber warte mal, ich lege die mal in die andere Hand. Warte mal, wir machen das mal anders. Ich glaube... Äh... Die sollten wir auf die andere Hand legen, ne? Also, wir werden hier... Das ist ja... ...und... 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 Wem ist ein Gegner hier? Warte mal. Sind wir überladen jetzt, oder was? Kaputt das Ding. Ne, es ist nicht kaputt. Nein. Hier aktiviere ich den Scheiß, Leute. Das ist alles für Mist. Jens, wie aktiviere ich das? Weil ausgewählt ist es ja da links. Kann ja nicht sein. Tastatur? Wer spielt hier mit Tastatur? Also anwesend hab ich's. Ah, so geht das. Ah, okay, jetzt weiß ich's. Okay, alles klar. Also einfach LB gedrückt halten und dann ab. Ab dafür, okay. Okay, alles klar, ich hab's verstanden. Ich glaub, ich hab's. Kann das sein, dass wir ab und zu zu voll sind? Zum Laufen? Oder warum läuft der jetzt so... so schwer? Ich hol mal mein Spektralrost hier. Ach, da sind ein paar Leute. Können wir gleich mal testen, oder? Der hier. Klappt ja toll. Klappt ja richtig doll. Ach, wegen dem Sturm. Okay, gut. Macht Sinn. Oh, ist schon geil. Soll er da wenig sind? Aber da könnten wir ja nachbauen. Das war schön gestunt. Ja, das war so züchtig. Oh! Der wählt jetzt hier der falschen aus. Alter. Diese Scheiße hier, ne? Leck mich doch. Leck mich an die Füße, Alter. Das wackelte so. Ach, das ist wegen dem Sturm. Jetzt versteh ich das. Ah, ne. Alles gut. Alles gut. Ach, der Sturm. Der zieht aber nur hier lang, ne? Wir suchen uns mal den Ort der Gnade da vorne. Warte mal. Ich muss mal ein Schwert nehmen hier. Alter, das ist ja echt langsam. Xbox hab ich. Ich hab Xbox. Wir gehen mal hier an der Gnadenpunkt hier. Das ist echt stürmisch, ne? What der Gnade. Könntest du mal...